BIRL TV Ach, bei uns hatten sie ja auch den Schnee angekündigt und ich so, ja, ja, als ob, das sagen sie immer. Und ich habe heute Morgen aus dem Fenster geguckt und es war so, oh, Schneemassen, also so viel. Ich musste raus und schippen und habe gemerkt, oh, unten drunter ist vereist. Das war richtig rutschig. Ich konnte mich gerade noch so festhalten am Zaun. Also es kann eine gefährliche Sache sein. Deswegen haben wir jetzt hier was richtig Praktisches, weil wir wissen ja auch, dass das Wetter so bleiben soll und diese Vereisung an den Straßen und auf den Wegen, das ist ja tatsächlich im Moment Fakt. Darüber berichtet auch Tee Online. Hier Schneefall, hier werden die Straßen spiegelglatt. In den kommenden Tagen kann es auf den Straßen gefährlich werden. Ja, wer raus muss, sollte sich auf glatte Straßen und Wege einstellen und etwas mehr Zeit einplanen, teilte DWD Meteorologin Jacqueline Kern mit. Ja, und genau das habe ich heute Morgen auch am eigenen Leib erfahren. Und wir wollen auch, wenn Sie dann raus müssen, Schnee schippen, dass Sie dann nicht rutschen, sondern auf sicherem Fuße stehen. Ja, man möchte vielleicht trotzdem jetzt gerade, weil die Natur ja wunderschön ist, einen Spaziergang machen oder gar eine Wanderung. Und dann machen Sie einfach Folgendes. Ziehen Sie sich diese zusätzlichen Hilfen an. Einfach über die Schuhe stülpen. Das ist passgenau für Schuhgröße 35 bis 43. Passt über alle handelsüblichen Schuhe, ob das Turnschuhe oder Halbschuhe sind. Und schon haben Sie durch diese acht Dornen, die Sie auf der Unterseite sehen, im Prinzip Schneeketten für Ihre Füße. Und das zu einem bezahlbaren Preis. Also einfach überstülpen. Sie sehen, vorne ist das längere Teil. Das kommt über den Fuß- oder Schuhschaft und hinten dann einfach über die Ferse stülpen. Und jetzt ist natürlich ein Pärchen, was wir Ihnen hier anbieten. Überall, selbst bei Glatteis oder bei sehr rutschigem Schnee, haben Sie festen Halt. Könnte übrigens auch sehr, sehr helfen beim Schlittenfahren. Hier sehen wir mal, wie es dann aussieht. Nochmal, Schuhgröße 35 bis Schuhgröße 43. Und dann einfach, wie wir es hier sehen, überstülpen. Das ist eine Sache von einer Minute. Installation in Anführungsstrichen. Und dann laufen Sie sicher. Beim Schlittenfahren, wenn es den Hang hoch geht, vielleicht sogar auch mal über einen zugefrorenen See laufen, ohne auf die Nase zu fliegen. Beim Schneeschippen oder beim Winterspaziergang durch den Wald oder durch auch mal freies Feld. Hiermit haben Sie immer sicheren Tritt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte sowas noch nie gesehen. Fürs Auto kennen wir es alle. Schneeketten. Die macht man, wenn es nicht mehr weitergeht oder es zu gefährlich ist. Schneeketten drauf. Jetzt gibt es diese Schneeketten auch für Sie, für Ihre Schuhe, wenn es nicht mehr weitergeht oder zu gefährlich ist oder eben zu rutschig ist. Und Sie jetzt mal wirklich trotzdem raus in die Natur wollen, obwohl da richtig viel Schnee liegt. Dann statten Sie sich aus mit diesen kleinen Helferlein. So kommen Sie übrigens zu Ihnen, die Schuhketten. Das so sieht es aus. Es ist ein Paar und da sehen wir gleich, gucken Sie mal, so kommen Sie zu Ihnen. Und da sieht man auch gleich nochmal ganz einfach drüber, über die Slippers. Und das minimiert natürlich dann auch die Sturz- bzw. Ausrutschgefahr. Und je älter man wird, desto unsicherer ist man auch ein bisschen auf den Beinen. Und deshalb sehen wir unten auch, dass das von dem Deutschen Seniorenbund eben empfohlen wird als Hilfe bei Glatteis, bei starkem Schnee. Und es gibt eben sicheren Halt auf Schnee als auch auf Eis. Weil wir sehen das mit diesen acht Dornen, die sich jetzt eben im Eis oder im Schnee festkrallen, hat man eben einen sicheren Gang. Genau, wir sind ja verpflichtet zum Schneeschippen ums Haus herum, auf den Bürgersteigen. Wenn da drunter Eis sich befindet, dann rutscht man schneller, als man es sich besinnen kann. Und hiermit sind Sie auf der sicheren Seite. Da wissen Sie, ich habe richtigen Grip durch diese acht Dornen, die da richtig schön rauskommen. Und einfach überstülpen. Ich habe es gerade am anderen Schuh auch probiert. Und dann können Sie sicher Ihren Schneeschippen, ob da unten drunter Eis ist oder nicht. Sie sind auf der sicheren Seite. Hier, für 5,61 Euro kriegen Sie dieses Pärchen, ein Zweierpaar natürlich für beide Füße. Passt von 35 bis 43 Schuhgröße. Die Bestellnummer brauchen Sie noch, dass die NC 32, 94 und die 569 einfach überstülpen. Und dann müssen Sie nicht sich sorgen, ist da drunter Eis oder nicht. Einfach hier, damit sind Sie rutschfest und einfach dann sorgenfrei. Oder vielleicht einfach mal eine schöne Schneewanderung machen. Eine sehr schöne Idee. Das mache ich einfach jetzt mal auch am Wochenende, glaube ich. Dann nehme ich mir die auch mit.